So, willkommen zurück zu Metal Wolf Chaos XD. Wir schladen unseren letzten Spielstand, das müsste Phoenix gewesen sein. Tender Achter, jawoll. Und Phoenix, das war ja die Westernstadt. Wir hätten... Grand Canyon noch und Beverly Hills. Dazu möchte ich aber meine Waffen umbauen. So. Verwender. Flammenwerfer war ja sowas von scheiße. Maschinengewehre. Was hätten wir denn noch? Stromgewehre. Paketenwerfer, Granat. Scharfschützen. Puh, Scharfschützengewehr. Könnten wir mal ausprobieren? Das ist dann automatisch hier auch mit? Okay, Scharfschützengewehr ist dann für beide Hände. Okay. Pakapap. Schrotflint weiß ich nicht, Frau. Dann brauche ich die Maschinengewehre. Feuer, Kraft, Energieverbrauch. Komm, wir nehmen sie mal mit. So. Dann bin ich hiermit zufrieden. Ähm. Und dann sagen wir mal Start. Erstmal hier. Dann sind wir auf den Radar-Jaggingen-Stations. Die Hansen, wir sind in der Fallen. Some Scientists were among the POWs you rescued. They were used to develop new weapons for the military. That's a Radar-Jagging-Station. If you destroy it, the bombs will surely show up on Radar. So, erst mal zurück. Und Panzerhaust. Schließ mal her von hinten ab. Und die sind mit 1-0. So schnell die Zivilisten wieder verfeilen. Risen 1? Bitte. Da liegt ein Alarm. Wollen die Bomben nicht explodieren, was ist hier los? Die Verstärkung nehmen einfach mal alles mit, was hier so kommt. Was kommt da an? Oh, da kommt ja schon nix. So, erstmal hier ausmachen. Dann fahren wir erstmal in die Flüten lang. Wir könnten eigentlich jetzt mal hier auf die Panzerfaust wechseln. Und hier gehen wir mal auf das Maschinengewehr. Wenn Sie die Radar-Jet-Destroyen alle Bomben und liberate die Stadt. Das ist so gut. So, jetzt. So, jetzt machen wir mal die Zivilisten hier oben noch. Die sind gerettet. Dann wechseln wir mal aufs Sturmgewehr. Das war scheiße. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erstmal da weg Moment, klicke ich nicht Die mit meinem Scharfschützenkläher Geht so weit entfernt Und Moment So So ... ... ... ... Das ist ein Mann, der Norekmar. Laufen wir mal weiter Gehen wir erstmal nach dahinten. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. So, gut. Wenn jemand auch noch ein paar Geiseln ausschaut. Bombe weg. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Energiekapsel, die hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Geiseln gerettet. Kurz mal wieder auf die Waffe. Umschalten. Geiseln gerettet. Dann machen wir so. Panzerfaust und Maschinengewehr gewechselt. Dann wird hier eine Bombe angezeigt. Geiseln gerettet. Oh dahinter. Okay. Geiseln gerettet. Da ist ja schon wieder der blöde Heli. Geiseln gerettet. Das war gemein. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Geiseln gerettet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine lieben Amerikaner, unterstützt unsere Truppen mit all eurem Herzen. Nicht über seinen jämmernden Kommentar. Na? Der will nicht. Jetzt. So, jetzt mal. Oh Gott. Munition alle. Oder gehen wir hier auf Panzerfaust und hier auf Sturmgewehr. Oh Gott. 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 Ende. Ich sage Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye Bye.